Die Wollnys sind bald mit neuen Folgen zurück im TV, doch Sylvia Wollny verkündet jetzt auch ein Ende von einer Sache. Sie sind zurück. Die wohl berühmteste TV-Großfamilie Deutschlands ist bald wieder mit neuen Folgen am Start. Die Wollnys und wie der Sender RTL 2 bereits verkündet hat, dürfen sich die Zuschauer auch in dieser Staffel wieder auf einiges gefasst machen. Weniger gute Neuigkeiten hat jetzt allerdings, Wollnys, Oberhaupt, Sylvia Wollny für einige ihrer Fans in der Türkei. Die Elffachmutter gibt auf Instagram ein Ende bekannt. Und das betrifft vor allem ihre Tochter Estefania. Die Wollnys, Sylvia verkündet Ende, es betrifft Estefania. Im Jahr 2022 entschied sich Sylvia, mit ihrem Mann Harald und einigen Töchtern die Koffer zu packen und von Neuss, NRW, in die Türkei auszuwandern. Dort betreibt die 58-Jährige seit Juni eine Boutique, eine Kombination aus Klamottengeschäft und Tattoo-Studio. Obendrein werden dort auch kleine Konzerte ihrer Tochter Estefania veranstaltet. Erst am Donnerstag, 24. August, gab die zweitjüngste Tochter der, Wollnys, Chefin dort eine Gesangseinlage. In ihrer Instagram-Story sieht man, wie sich zahlreiche Besucher im Laden tummeln, um sie singen zu hören. Doch es soll ihr vorerst letzter Auftritt dieser Art gewesen sein. Denn kurz zuvor kündigte Mama Sylvia nicht nur besagtes Konzert ihrer Tochter an, sondern auch, das wird vorerst das letzte Konzert sein, weil es danach für uns nach Deutschland geht. Bitter für ihre türkischen Fans. Estefania Wollny lebt mittlerweile schon seit einigen Jahren den Traum vom professionellen Singen. 2019 nahm sie an dem Casting-Format, DSDS, teil. Anschließend brachte sie einige Singles heraus. Darunter, Zu spät, Unkaputtbar, oder Leuchtfeuer. Und die Boutique ihrer Mutter stellt offenbar die perfekte Gelegenheit dar, auch die türkischen Menschen von ihrer Stimme zu überzeugen. Wie lange Estefanias Fans nun auf ihre Konzerte verzichten müssen, ist nicht bekannt. Doch das Rühren der Werbetrommel für die neuen, Wollnys, Folgen kann schon einige Zeit dauern. Jetzt heißt es daher wohl erst mal weniger Musik und dafür mehr typisches, Wollnys, Alltagsleben vor der Kamera. Die neuen Episoden kommen ab dem 13. September um 20.15 Uhr bei RTL 2. Bye.